Hallo, ich heiße Moni Hanslik und habe vor zwei Jahren begonnen, Fructose und Sabitfrei Hartkaramellen zu entwickeln. Ich habe das dann mit Lebensmitteltechnologen marktreif gebracht und seit Februar gibt es Frunix Bonbons, die absolut fructose und sabitfrei sind, sind die erhältlich unter www.frunix.com. Das Besondere daran ist, sie schmecken wie ganz normale Hartkaramellen, sowohl von der Konsistenz als auch vom Geschmack sind sie denen absolut ähnlich. Zudem sind sie vegan und glutenfrei, laktosefrei und als Benefit haben sie ohne Zitronensäure produziert, damit auch die Personen, die Bonbons vertragen, die auf Zitronensäure reagieren, stattdessen Apfelsäure verwendet. Die Bonbons sind aus fructosefreiem Glukosesirup produziert, das ist nur Glukose und Maltose enthalten, die diese Bonbons süßen. Ja, sie sind in sieben verschiedenen Sorten erhältlich. Von fruchtig bis würzig hast für jeden was dabei. Wir haben Pfefferminze, Magenfreund mit Anis, Fenchel, Kümmel, Hustenbonbons, die sind besonders jetzt in der Herbstzeit wichtig und ein großes Thema. Außerdem haben wir Himbeer Limette, Johannisbeere und Cranberry und Zitrone Lemongrass. Und da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Das sind sie. Bis zum nächsten Mal.